Ich bin Jana Widewild, Unternehmerin, Halbtagsbürgerin, Buchautorin und ich habe nur gute Tage. Warum? Ich bin nicht verrückt geworden. Ich lebe auch nicht in einer Traumwelt. Nö, im Gegenteil. Mein Team und ich, wir rocken gerade eine ganze Menge mit unserer Kommunikationsagentur. Wir haben eine Menge Sachen bei unserem Teammeeting auf Bali überlegt und die setzen wir jetzt in rasantem Tempo in die Tat um. Also, ich kann gerade über Realitätsverlust nicht so ganz klagen. Wir sind gut in Arbeit, wir haben eine recht volle To-Do-List und trotzdem, ich habe nur gute Tage. Warum wir auf Bali waren, kannst du auf meinem Blog nachlesen, wie du willst-kommunikation.de. Da erzähle ich dir alles, warum wir Teammeetings auf Bali machen. Wir haben uns dazu dort ausgetauscht, wie wir achtsame Kommunikation noch stärker leben und praktizieren können. Und dabei ganz besonders eng mit unseren Kunden vorangehen. Das ist so wie Tandem fahren. Wir sitzen hinten drauf und arbeiten absolut kräftig, treten also ordentlich in die Pedale, sodass du immer noch mindestens eine Radlänge Vorsprung vor allen anderen hast. Denn du zweitfährstigst besser und du bist viel schneller, brauchst weniger Energie. Vielleicht denkst du jetzt auch, Bali, Teammeeting, was für eine Angeberin. Ja und nein. Ich liebe es einfach, mein Leben mit dir zu teilen. Weißt du, warum ich das tue? Weil ich denke, dass ich dir durch meine Impulse so viel Mehrwert geben kann, dass auch du als Unternehmer, als Chef endlich aus deinem Schneckenhaus rauskommst und deinen ganz persönlichen Weg in dein Glück gehen kannst. Deshalb mache ich das. Und noch aus einem Zweitgrund tue ich das. Ich liebe, was ich tue. Kann ein bisschen esoterisch klingen jetzt. Ja, wenn du so willst. Aber ehrlich, seit ich liebe, was ich tue, egal was ich tue, funktioniert es. Und emotional, finanziell, perspektivisch, stressmäßig, funktioniert einfach. Es flutscht, würde der Sachse sagen. Und dabei ist alles ganz leicht. Weißt du, wenn ich zum Kunden komme, dann freue ich mich, diese Kunden zu sehen. Damit trage ich eine Welle positiver Energie vor mir her. Das spürt der Kunde. Kennst du das, wenn du in einen Raum reinkommst, dann ist da dicke Luft, richtig dicke Luft? Dann spürst du auch die negative Energie, die da herrscht. Und wenn du schlau bist, gehst du wieder. Aber zurück zu den guten Tagen mit der positiven, kraftvollen Energie. Also warum habe ich nur noch gute Tage? Was ist denn für dich ein guter Tag? Ist das ein Tag, an dem du keinen Ärger hast, keinen Unfall hast, an dem dich niemand anmeckert? Stopp! Hör dir und mir gerade mal zu. Hör mal wirklich zu. Was ist dir denn im Gedächtnis geblieben? Ärger, Mecker, Unfall. Kopfkino aus. Mach mal leer die Birne. Und du und ich, wir beide, kommen jetzt nochmal neu rein. Weißt du warum? Unser Gehirn, das geniale Teil zwischen deinen Ohren, unser Gehirn versteht die Negation natürlich. Das Gehirn ist aber leider nicht das, was uns treibt, auch wenn wir das als moderne Menschen so denken. Denn gesteuert werden wir seit mehr als einer Million Jahren vom Unterbewusstsein. Du kennst das Eisberg-Prinzip. Ein Eisberg schaut etwa 10% deines Gesamtvolumens aus der Wasseroberfläche hinaus. Den Rest, 90% des Eisberges können wir nicht sehen, weil er unter Wasser ist. Dein Unterbewusstsein ist also nicht sichtbar, nicht fühlbar, nicht spürbar. Und doch steuert es 90% deiner Handlungen. Du machst viele, viele Dinge unbewusst. Oder kannst du deinen Herzschlag steuern, deinen Blutdruck. Wenn dir ein Mensch zu nahe rückt, rutschst du instinktiv ein Stück weg. Das musst du nicht bewusst tun. Wenn du Angst hast, setzt automatisch der Ohrenmenscheninstinkt ein. Flucht oder Kampf. Oder Totstellen. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Und so mit dem Wissen bitte ich dich heute um eins. Achte auf dein Wording. Wie sprichst du? Nenn dir gerne dein Tagebuch zur Hand und schreib das da rein. Vermeide Worte wie nicht, kein und solche Negationen. Also schreib mal rein, was ist für dich ein guter Tag? Um ein Beispiel von vorhin zu bleiben. Ein guter Tag ist also einer, in dem du in Freude bist. An dem dein Kunde dich gelobt hat. Oder ihr euch auch geschmeidig und lächelnd aus dem Weg gegangen seid. Aber wenn du möglicherweise, eventuell vielleicht, dem Kunden aus dem Weg gehen möchtest, überleg nochmal, ob das wirklich der richtige Kunde für dich ist. Ein guter Tag ist der, an dem du dich um dich selbst gekümmert hast. Halt mal kurz inne. Na, wenn du Auto fährst, vielleicht nicht sofort. Aber auch da kannst du in dich reinfühlen. Was genau fühlst du? Anspannung? Stress? Freude? Angst? Rücken? So, jetzt fühl mal weiter. Was genau brauchst du, um dich entspannt zu fühlen? Deine Lieblingsmusik? Na, dann mach sie an, wenn der Podcast vorbei ist. Denn du willst ja wahrscheinlich noch wissen, wie du nur noch gute Tage hast. Du willst Natur? Ja, dann schau auf den Baum vor deinem Fenster. Kein Baum da? Vielleicht eine Grünpflanze in deinem Büro? Dann check dein Smartphone. Ich bin mir sicher, da hast du ein oder zwei Urlaubsbilder drauf oder Bilder von Ausflühen. Da, wo du dich richtig gut gefühlt hast. Da suchst du ein Bild von raus und packst es genau auf deinen Startbildschirm, damit du immer daran erinnert wirst. Dann guck da drauf. Oder parke mal zwei Blocks weiter und laufe zu deinem Businessmeeting. Das schaffst du. Und? Wie fühlt sich dein Tag jetzt an? Besser? Na, geht doch. Also, zusammengefasst. Erstens, achte auf dein Wording. Immer. Wie du sprichst beeinflusst, wie du denkst, wie du handelst und natürlich, was das Ergebnis davon ist. Wenn du denkst, es wird ein Scheißtag, weißt du, was dann passiert? Es wird ein Scheißtag, wenn du früh aufwachst mit einem kleinen Moment der Dankbarkeit. Und dann sagst du zu dir selbst liebevoll, guten Morgen. Heute wird ein wundervoller, großartiger Tag. Ich habe viel zu tun, aber das ist doch gut. Meine Kunden brauchen mich. Ich werde gebraucht. Meine Kunden lieben, was ich tue. Und zum Thema Dankbarkeit. Ich mache das seit Jahren und schreibe jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Für gestern steht da, wundervolles Abendessen mit der ganzen Familie, ein herrliches Wetter und der großartige lange Spaziergang mit dem Hund. Für heute steht da, meine Yoga-Stunde, das gute, lange Gespräch mit der jungen Frau, die mein Herz berührt hat und diese herrliche Karaffe Wasser, die hier vor mir steht. Ich bin gesund. Ich bin reich. Ich bin gesegnet. Ich habe ein großartiges Team. Die denken mehr mit als ich selber. Also manchmal gerade wieder passiert. Ich darf dir diesen Podcast sprechen und du hörst zu. Was bin ich doch für ein Glückspilz. Und zweitens. Tu dir Gutes. Wenn du meine Dankbarkeitsthemen gerade gehört hast, merkst du schnell, dass ich mir bewusst kleine Geschenke mache, die mein Herz oder meinen Gaumen erfreuen. Jeden Tag. Jeden. Weißt du, warum das so wichtig ist? Das habe ich auch schon so oft auf meinem Blog halbtagspilgern.de geschrieben. Weil du dich erst selbst gut versorgen musst, dann kannst du für die anderen sorgen. Jetzt komm mal ein Stück näher. Ich möchte dir mein Geheimnis verraten. Mein Geheimnis ist folgendes. Du machst dir deine guten Tage selber mit deinen Gedanken. Weißt du, was passiert, passiert sowieso. Manches kannst du ändern, anderes nicht. Die Dinge geschehen. Manchmal regnet es morgens und manchmal scheint die Sonne. Das kannst du nicht ändern. Aber du kannst ändern, wie du dazu stehst. Die Bewertung, die du den Ereignissen gibst, die dich ereilen. Es ist Stau. Du kannst jetzt meckern und sagen, man, das ist ja ganz doof jetzt hier und so viele Autos und der Verkehr und überhaupt. Du kannst aber auch sagen, wow, ich kann jetzt eh nichts machen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde zusätzliche Zeit. In dieser Zeit bekomme ich mein Hörbuch zu Ende gehört. Und du kannst dir sogar noch Notizen machen, weil du gerade nicht lenken musst, weil du hier am Stau stehst. Du kannst telefonieren, okay, wenn du Handynetz hast, aber theoretisch könntest du. Also du kannst die Zeit nutzen. Wie bewertest du also den Stau? Als Ärgernis oder als Ereignis, was eben ist und du machst das Beste draus. Was das alles mit deinem Unternehmen zu tun hat, kann ich dir sagen. An guten Tagen versprühst du gute Energie. Diese nehmen deine Mitarbeiter auf, deine Kunden. Denn auch die sind schließlich nur Menschen. Du hast Ärger, du hast die Wahl. Meckern oder Fehler beheben. Und wenn du diese heitere Grundgestimmtheit vorlebst, dann verspreche ich dir, werden deine Ergebnisse besser. Deine Mitarbeiter loyaler, dein Betrieb rentabler. Lass uns einen Deal machen. Du probierst es mal vier Wochen lang aus. Wenn es nicht funktioniert hat, kannst du dich ja immer noch zum schlechte Tage-Modell zurückbewegen. Faktisch kannst du nur gewinnen. Und nun? Nur noch alles rosa-rot malen? Nee, eben nicht. Das mache ich doch auch nicht. Ich laufe ja auch nicht im rosa Kleidchen durch die Welt und rette Einhörner. Nee, nee. Ich bin Unternehmerin und man sagt mir nach, dass ich mein Handwerk gut verstehe und meine Kunden ordentlich nach vorne pushe. Trotzdem sind alle meine Tage gut. Manche sind richtig gut. Manche sind gut. Und weißt du, ich finde jeden Tag, wirklich jeden Tag irgendetwas, wofür ich dankbar sein kann. Und was mir wenigstens ein leises Lächeln ins Gesicht zaubert. Probier es mal aus, lieber Unternehmer, lieber Halbtagspilger. Das ist Fakt, dass du am Ende bessere Ergebnisse einfährst. Und ich freue mich total über dein Feedback. Check mal meine Webseiten aus, halbtagspilgern.de oder widuwild-kommunikation.de. Komm bei mir vorbei auf Social Media. Jana, widuwild ist mein Name. Und wenn du mehr von mir lernen möchtest, wenn du mit mir mal gemeinsam schreiben oder schweigen möchtest und mal einen richtigen Break, eine Pause in deinen Alltag bringen möchtest von drei Tagen, dann schau mal auf halbtagspilgern.de. Da findest du meine Einladung zum Schweiger-Retreat. Das findet in Mühlberg statt. Ich freue mich wirklich auf deine Bewerbung. Ich habe nur ganz wenige Plätze noch. Also check das mal. Ich wünsche dir, dass du leben kannst, wie du willst. Fühl dich gedrückt. Alles Liebe, deine Jana. Fühl dich .... Vielen Dank.